Wir möchten uns bei dir bedanken. Komm her. Setz dich nachts nicht auf das Bett. Kein Homo. Nur komm nicht zu nah ans Bett. Puff und Ascher hatten eine Situation. Und er weiß, dass er nicht über die Dinge reden sollte, die er mit Puff Bruder macht. Wie gefährlich ist Diddy wirklich? Diddys kürzliche Gerichtsverhandlung hat die Fans in Aufregung versetzt, nachdem Gerüchte aufgetaucht sind, dass er Ascher ans Messer geliefert haben könnte. Die Spekulationen besagen, dass Diddy angeblich Ascher genannt hat, um seine eigene Kaution zu sichern. Da beide Künstler eine lange Geschichte haben, könnte diese Offenbarung die Dinge durcheinander bringen. Was bedeutet das für ihre Beziehung? Und wie tief reicht diese Verbindung? Begleite uns, während wir in Diddys Vergangenheit mit Ascher eintauchen und die verrückten Verschwörungstheorien rund um ihre Beziehung erkunden. Ich bin nach New York City gezogen und habe ein Jahr lang mit Puff Daddy gelebt. Während Diddy in einem Gefängnis in Brooklyn auf seinen Prozess wegen schwerer Anklagen wie unangemessener Menschenhandel, Misshandlung und Reisen zur Teilnahme an Prostitution wartet, beginnen die Leute, alte Interviews und Momente aus seiner Vergangenheit neu zu betrachten. Obwohl viele dieser Clips und Geschichten Jahre alt sind, glauben einige, dass die Zeichen für Diddys angebliche Verbrechen immer schon da waren und in aller Deutlichkeit verborgen waren. Eine der Personen, die häufig in diesen Diskussionen mit Diddy in Verbindung gebracht wird, ist niemand anderes als der R'n'B-Star Ascher. Als Ascher erst 13 Jahre alt war, wurde Diddy sein gesetzlicher Vormund. Zu diesem Zeitpunkt half Diddy, Aschers Debütalbum »Ascher«, das 1994 veröffentlicht wurde, zu produzieren. Ascher hat im Laufe der Jahre darüber gesprochen, wie er während seiner Zeit mit Diddy vielen Dingen ausgesetzt war, die für jemanden in seinem Alter ziemlich verrückt waren. In einem Interview mit Rolling Stone aus dem Jahr 2004, das zu der Zeit veröffentlicht wurde, als Ascher mit dem Erfolg seines Hit-Albums »Confessions« beschäftigt war, erwähnte er, dass Diddy ihn in eine Welt von erwachsenen Aktivitäten einführte. Er erinnerte sich daran, dass unangemessene Dinge einen großen Teil der Musikindustrie ausmachten und dass immer Mädchen um ihn herum waren. Ascher erinnerte sich daran, wie es normal war, Diddy zu Hause zu besuchen und dabei Menschen beim »Hook-up« zu sehen oder sogar Gruppen von Leuten im selben Raum anzutreffen. Diese wilden Szenen ähneln stark den sogenannten »Freak-Offs«, für die Diddy beschuldigt wurde, sie zu veranstalten, und die nun Teil der gegen ihn erhobenen Klagen sind. Im Jahr 2013 feierte Ascher seinen 35. Geburtstag und Diddy war direkt auf der Feier anwesend. Während der Feier hielt Ascher eine Rede, in der er erneut die Dinge ansprach, die er während seiner Zeit unter Diddys Fittichen erlebt hatte. Er sagte, »Ich wurde von Puff-Daddy in alles eingeführt, als ich erst 15 war. Partys, Frauen und Substanzen.« Obwohl er in jungen Jahren viele intensive Dinge sah, fügte Ascher hinzu, dass er sich von all dem nicht kontrollieren ließ. Er sagte auch, dass er Diddys Rat gegen nichts eintauschen würde. Zudem ist ein Interview mit Ascher aus dem Jahr 2016 wieder aufgetaucht. In diesem Interview erinnerte sich Ascher an seine Zeit, als er mit Diddy lebte, als er erst 13 Jahre alt war. Er beschrieb diese Zeit als aufschlussreich, voller interessanter Dinge und als Einblick in einen Lebensstil, der weit über sein Alter hinausging. Während des Interviews fragte Howard Stern, ob Aschers Mentor zu dieser Zeit, L.A. Reid, die Idee gehabt hatte, ihn zu Diddy zu schicken. Ascher wich dieser Frage nicht aus und deutete an, dass während seiner Zeit im New Yorker Zuhause von Diddy sehr interessante Dinge stattfanden. »Ich hatte die Chance, einige Dinge zu sehen,« erzählte Ascher Stern und fügte hinzu. »Ich bin dort hingegangen, um den Lebensstil zu sehen. Und ich habe ihn gesehen.« Als er gefragt wurde, ob er bis in die frühen Morgenstunden mit Diddy und seiner Crew gefeiert habe, schmunzelte Ascher und gestand, dass er nicht nur mit ihnen mithalten konnte, sondern sie manchmal sogar übertraf. Trotz alledem antwortete Ascher schnell, als Stern fragte, ob er jemals seine eigenen Kinder ins Puffcamp schicken würde. Auf keinen Fall. In den letzten Jahren hat Ascher nicht viel mehr über seine Zeit mit Diddy gesagt oder die vielen Klagen und Anklagen gegen ihn angesprochen. Dennoch haben die Geschichten, die er im Laufe der Jahre geteilt hat, insbesondere über das, was während seiner Teenagerjahre mit Diddy geschah, viele dazu gebracht, sich zu fragen, was wirklich hinter den Kulissen in dieser Zeit passierte. Während Diddys rechtliche Auseinandersetzungen weitergehen, überdenken die Menschen die alten Interviews und reflektieren darüber, wie viel seitdem ans Licht gekommen ist. Ein virales Video mit Diddy, Ascher und Kevin Hart hat die Fans in Aufregung versetzt. In dem Clip reagiert Hart humorvoll auf Diddys spielerische Kommentare über ihre Freundschaft. Ich meine, damals, als er etwa 10 war und ich ein wenig älter war, sein großer Bruder, haben wir um die Frosted Flakes gekämpft, bevor es die Pause gab. Was sagt das über ihre Verbindung aus und wie hebt es Diddys Persönlichkeit hervor? Lassen Sie uns darüber sprechen. Diddy, Ascher und Kevin Hart Aschers und Diddys Bindung war immer durch Humor und Sticheleien geprägt, was oft in Interviews und sozialen Medien zu sehen ist. Einer der denkwürdigsten Momente ist ein Rückblick auf einen Livestream, in dem Diddy, der dafür bekannt ist, manchmal zu viel zu teilen, ein unerwartetes Geständnis über seine Zeit mit Ascher gemacht hat. Was auf einer Party passiert, bleibt normalerweise auf der Party. Aber Diddy hat die Angewohnheit, Dinge preiszugeben, selbst wenn niemand es erwartet. In diesem besonderen Clip, der jetzt wieder kursiert, erzählte Diddy eine Geschichte, die mehr als nur ein paar Augenbrauen hochzog und Komiker Kevin Hart war schnell zur Stelle, um mit seinem typischen Humor zu kontern. In dem Video dankte Diddy ihnen für die Ausrichtung der Veranstaltung, aber seine Kommentare nahmen eine merkwürdige Wendung, als er scherzhaft sagte, Du musst das nicht tun. Setz dich nachts nicht auf das Bett. Kein Homo. Komm nur nicht zu nah ans Bett. Das sorgte sofort für Aufmerksamkeit bei Hart, der mit einem humorvollen Seitenhieb schnell zurückfeuerte, Nein, nein, ich musste das definitiv nicht tun. Erstens. Ich gehe nicht ins Bett. Shoutout an ihn und was er getan hat, aber können wir die Kamera ein bisschen in diese Richtung bewegen? Ich möchte nicht, dass mein Bild das einfängt. Erstens. Ich gehe nicht ins Bett. Shoutout an ihn und was er getan hat, aber können wir die Kamera vielleicht ein bisschen in diese Richtung drehen, damit wir nicht... Ich möchte nicht, dass mein Bild das einfängt. Während das Gespräch weiterging, schloss sich Ascher an und Diddy begann, sich an ihre frühen gemeinsamen Tage zu erinnern. Er teilte eine Erinnerung aus der Zeit, als Ascher noch jung war und sagte, »Von Anfang an mussten wir aufwachen und...« Verdammte Pause. Aber wir haben früher um die Frosted Flakes gekämpft. Damals war Ascher zehn und ich war ein wenig älter. Wir kämpften um das Müsli, bevor es überhaupt eine Pause gab. Natürlich konnte Hart es sich nicht verkneifen, mit seinem typischen Witz einzugreifen und lachte. Was zum Teufel hat Puff gerade gesagt? Niemand wird das anerkennen. Puff hat gerade gesagt, dass sie früher um die Frosted Flakes gerungen haben, während wir Livestream. Das war so dumm. Das war so lächerlich. Obwohl ihre Freundschaft eindeutig viele lustige und seltsame Momente erlebt hat, zeigt diese Geschichte die verspielte Seite von Aschers und Diddys Beziehung. Trotz der komplizierten Geschichte, die zwischen ihnen existieren könnte, insbesondere jetzt, da Diddy mit ernsthaften rechtlichen Problemen konfrontiert ist, war ihre Vergangenheit voller Lachen und Freundschaft. John Deals schockierende Vorwürfe John Deal hat einige schockierende Vorwürfe gegen Diddy erhoben und behauptet, dass Diddy Ascher in seiner Kindheit misshandelt habe. Wie könnte dies Diddys Vermächtnis beeinflussen? Und was bedeutet es für die Musikindustrie insgesamt? Lassen Sie uns das jetzt diskutieren. Der ehemalige Bodyguard Gene Deal, der einst für Diddy arbeitete, hat alarmierende Vorwürfe vorgebracht, die besagen, dass Diddy Ascher als Kind misshandelt hat, was zu schweren Verletzungen führte. Puff und Ascher hatten eine Situation, die dazu führte, dass Ascher ins Krankenhaus musste. Ich lasse Ascher das erklären. Diese Behauptungen sind in einem kürzlich zirkulierten Video wieder aufgetaucht und tragen zur wachsenden Kontroversen um den Rapper bei, der nun mit über 100 Klagen konfrontiert ist, darunter mehrere Vorwürfe wegen Misshandlung von Kindern. Laut Deal haben sich einige Führungskräfte der Musikindustrie ihm anvertraut und von der angeblichen Misshandlung erzählt, wobei sie offenbarten, dass der junge Ascher so brutal verletzt wurde, dass er mit ernsthaften Verletzungen ins Krankenhaus kam. In einem Video, das von Internetpersönlichkeit Mario N. auf X, ehemals Twitter, repostet wurde, teilte John Deal seine Version der Ereignisse aus Aschers Zeit bei Diddy mit. Als er direkt gefragt wurde, was mit Ascher passiert sei, antwortete Deal, dass ihm von Brancheninsidern gesagt wurde, dass Diddy für Aschers Verletzungen verantwortlich sei. Deal erklärte, Ich habe von einigen Musikchefs gehört, ich werde ihre Namen nicht nennen, aber sie waren an verschiedenen Programmen beteiligt und wussten damals Bescheid. Ich wusste nicht einmal, wer Ascher war, aber ich hörte immer wieder, dass Puff diesen Jungen ins Krankenhaus geschickt hat und dass er blutete. Diese beunruhigenden Vorwürfe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Diddy bereits unter intensiver Beobachtung steht, da mehrere Vorwürfe wegen Fehlverhaltens und Misshandlung ans Licht kommen. Unter den vielen Klagen sind mindestens 25 von Minderjährigen, die während ihrer Zeit bei dem Musikmogul angeblich misshandelt wurden. Das jüngste Kind, das in diesen Fällen involviert ist, soll gerade einmal neun Jahre alt sein. Jean Diehl hat in den letzten Jahren zunehmend darüber gesprochen, was er während seiner Zeit mit Diddy gesehen hat. Er behauptet, Diddy habe unangemessene Aufnahmen von einflussreichen Personen, darunter Politiker, aufbewahrt, die an seinen berüchtigten Freak-Off-Partys teilnahmen. Diehl deutete an, dass diese Aufnahmen zusammen mit den laufenden Vorwürfen mit einem größeren Korruptionsskandal in der New Yorker Politik verbunden sein könnten. In einem Interview im The Art of Dialogue Podcast erklärte Diehl, Das ist alles größer als Diddy und deutete an, dass die Vorwürfe gegen den Musikmogul Teil eines viel größeren und dunkleren Bildes sein könnten. Obwohl er nicht näher auf die möglichen Verbindungen einging, haben seine Kommentare Spekulationen angeheizt, dass Diddys jüngste Festnahme nur die Spitze des Eisbergs sein könnte. Während sich die rechtlichen Auseinandersetzungen fortsetzen, melden sich immer mehr Stimmen wie die von Diehl zu Wort und bringen Licht in Diddys besorgniserregende Vergangenheit und den tiefen Einfluss, den sie auf die Menschen um ihn herum hatte, einschließlich des jungen Aschers. Die Freundschaft zwischen Diddy und Justin Bieber Die Freundschaft zwischen Diddy und Justin Bieber hat besonders angesichts von Diddys jüngsten rechtlichen Problemen für Aufsehen gesorgt. Einige Fans spekulieren, dass Bieber unter Diddys Einfluss Herausforderungen gegenüberstehen könnte. Was könnte das für Bibers Karriere und Wohlbefinden bedeuten? Gibt es verborgene Geschichten, die wir noch nicht gehört haben? Lassen Sie uns das aufdecken. Diddy und Justin Bieber trafen erstmals 2009 aufeinander, als Justin erst 15 Jahre alt war und gerade von Usher entdeckt worden war. Der junge Sänger, der kürzlich bei RBMG Records unterschrieben hatte und unter Uschers Mentorschaft stand, fand sich schnell im Einflussbereich des einflussreichen Rap-Moguls wieder. Justin, der sich auf die Zusammenarbeit mit einem der größten Namen im Hip-Hop freute, kontaktierte Diddy auf X und bald genug wurde er 2010 zusammen mit dem Musik-Mogul gesehen, wie er Diddys Lamborghini ausfuhr und an mehreren der berüchtigten Partys des Rappers teilnahm. Doch als Justins Ruhm in die Höhe schoss, begannen die Belastungen des Ruhms an ihm zu nagen. Der junge Popstar zeigte Anzeichen von Problemen mit seiner psychischen Gesundheit und Gerüchte über Substanzmissbrauch begannen zu kursieren. Nach Diddys jüngster Festnahme und Anklage sind Verschwörungstheorien im Internet aufgekommen, wobei einige von Justins Fans spekulieren, dass der Sänger ein weiteres Opfer der dunkleren Seite von Diddys Welt gewesen sein könnte. Diese Theorie wird teilweise durch frühere Interaktionen zwischen den beiden genährt, insbesondere eine Reihe von Interviews, in denen Diddy übermäßig viel Einfluss auf den Teenager Justin zu haben schien. In einem wieder aufgetauchten Clip von Jimmy Kimmel Live zeigen Diddy und Justin, wie sie über ihre Freundschaft scherzen, wobei Diddy Biber als »kleinen Bruder« bezeichnet. Die Dinge nahmen jedoch eine merkwürdige Wendung, als Justin erwähnte, dass er einen Lamborghini von Diddy erhalten hatte, worauf der Rapper antwortete, dass er den Lamborghini nur ein oder zwei Tage hatte und er Zugang zu Diddys Haus hatte, und er wüsste, dass er besser nicht über die Dinge sprechen sollte, die er mit »Big Brother Puff« im nationalen Fernsehen tut. »Nicht alles ist für jeden gedacht«, meinte Diddy. In einem weiteren Clip spricht Diddy darüber, mehr Zeit mit Justin zu verbringen, was andeutet, dass ihre Pläne nicht ganz unschuldig waren. Er sagte, »Er hat 48 Stunden mit Diddy. Was wir machen, können wir nicht wirklich offenlegen, aber es ist definitiv der Traum eines 15 Jahre Alten. Ich habe keine gesetzliche Vormundschaft über ihn, aber in den nächsten 48 Stunden ist er bei mir und wir werden es richtig krachen lassen.« Die vage Natur von Diddys Kommentaren, kombiniert mit Justins raschem Ruhm und seinen späteren persönlichen Kämpfen, hat viele dazu gebracht, zu hinterfragen, welchen Einfluss Diddy auf den jungen Sänger während dieser prägenden Jahre hatte. Während Justin selbst nie öffentlich über negative Erfahrungen mit Diddy kommentiert hat, haben die wieder aufgetauchten alten Clips Besorgnis unter seinen Fans ausgelöst, die befürchten, dass die dunkleren Elemente der Musikindustrie einen bleibenden Einfluss auf ihr Idol gehabt haben könnten. Ascher, Diddy und Jennifer Lopez Aschers Beziehung zu Diddy und Jennifer Lopez ist ein faszinierender Teil der Musikgeschichte. Ascher erkennt Diddy dafür an, dass er ihm geholfen hat, sich in der Branche zurechtzufinden, während seine Verbindung zu Lopez eine weitere Dimension hinzufügt. Wie haben ihre Verbindungen Aschers Karriere geprägt und welchen Einfluss hatte diese Freundschaft auf die Musikszene? Lassen Sie uns beginnen. Aschers Rückblick auf seine frühen Jahre unter Diddys Anleitung Ascher hat eine nachdenkliche Reise in seine frühen Jahre unternommen, die er unter Diddys Fittichen verbracht hat. Trotz der vielen verwirrenden und manchmal überwältigenden Erfahrungen, die er als junger Künstler machte, äußerte Ascher tiefen Dank für die unschätzbaren Lektionen, die er in dieser Zeit gelernt hat. Dieser Mann hat mir geholfen, das Leben zu verstehen, erklärte Ascher und sprach über Diddys Einfluss auf ihn. Er betonte, wie Diddy eine entscheidende Rolle dabei spielte, sein Verständnis dafür zu formen, was es bedeutet, ein Künstler zu sein. Er hat mir geholfen zu verstehen, was es bedeutet, für etwas leidenschaftlich zu sein. Er hat mir die Kultur näher gebracht. Er hat mir das Geschäft auf eine andere Ebene näher gebracht, erklärte Ascher. Eine der bedeutendsten Lektionen, die Ascher von Diddy gelernt hat, war die Bedeutung einer unermüdlichen Arbeitsmoral. Diddy ist bekannt für sein Engagement und arbeitet oft bis spät in die Nacht, um sicherzustellen, dass seine geschäftlichen Unternehmungen florieren. Dieses intensive Engagement für sein Handwerk hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Ascher. Ich schlafe bis heute nicht, gestand Ascher in einem Interview mit Oprah. Er teilte mit, wie Diddys unermüdliche Natur seinen eigenen Lebensstil beeinflusste. Ich habe bis heute ein Problem mit dem Schlafen. Ich habe es von ihm. Ich meine, dieser Typ hat einfach nie geschlafen. Er ist wahrscheinlich der Erste, der aufsteht, und der Letzte, der schlafen geht. Das Engagement habe ich übernommen, sagte Ascher. Darüber hinaus teilten Ascher und Jennifer Lopez in einem Interview mit Entertainment Weekly einige Einblicke hinter die Kulissen zu ihren Lieblingssongs aus dem Film, bei dem sie mitwirken. Ein herausragender Track aus dem Film ist Aschers eingängiger Hit Loving This Club, der eine besondere Bedeutung hat, da der Sänger einen Cameo-Auftritt im Film hat. Jennifer Lopez reflektierte über die Erfahrung und sagte, Ich denke, in all den Filmen, die ich gemacht habe, war es wahrscheinlich die beste Zeit, die ich je hatte. Sie erinnerte sich daran, wie magisch es war, als Ascher in den Club kam und eine Atmosphäre schuf, in der sie wirklich ihre Rollen als Stripperinnen auslebten. Als Ascher in den Club kam, fühlte es sich tatsächlich so an, als wären wir Stripperinnen, lachte Lopez und erinnerte sich an den Moment. In Hustlers spielt Lopez die Rolle von Ramona, einer erfahrenen Tänzerin in einem Stripclub in Manhattan, die eine junge Mutter, gespielt von Keke Palmer, unter ihre Fittiche nimmt, während sie die Herausforderungen bewältigt, über die Runden zu kommen. Der Film hat eine beeindruckende Besetzung, darunter Cardi B, Lizzo, Lily Reinhardt und Julia Stiles, die alle ihren einzigartigen Flair in die Geschichte einbringen. Außerdem sorgte Ascher kürzlich für Aufsehen, indem er seine Twitter-Historie löschte, was bei den Fans Neugier weckte. Während einige spekulieren, dass dies mit Diddys rechtlichen Problemen zusammenhängt, versichert Ascher, dass sein Account gehackt wurde. Was hat diesen plötzlichen Entschluss ausgelöst? Könnte es eine Möglichkeit sein, sich von den jüngsten Kontroversen zu distanzieren? Lassen Sie uns darüber sprechen. Ascher hat letzten Monat scheinbar plötzlich seine Beiträge auf X gelöscht, was zu Spekulationen über seine Freundschaft mit Diddy führte. Diddy hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen und plädiert auf nicht schuldig, aber das hat die Diskussion über die Verbindungen zwischen ihm und anderen Künstlern nicht gestoppt. Nur einen Tag später tauchte Ascher wieder in den sozialen Medien auf und erklärte, dass sein Account gehackt worden sei. In einem humorvollen Beitrag schrieb er, Account wurde gehackt und ihr läuft damit rum. Sehen wir uns heute Abend im Dom. Trotz Aschers Behauptung, dass er gehackt wurde, erregte das plötzliche Verschwinden und Wiedererscheinen seiner Beiträge die Aufmerksamkeit der Fans. In ähnlicher Weise löschte auch die Popstar Pink die meisten ihrer Beiträge auf X und behielt nur zwei ältere Beiträge aus 2016 und 2017. Obwohl sie nicht in Diddys Fall verwickelt ist, weckte ihr Online-Verschwinden Neugier, doch sie hat sich bisher nicht öffentlich zu der Angelegenheit geäußert. Interessanterweise haben andere Künstler unterschiedlich reagiert. Jennifer Lopez hat ihre Social-Media-Präsenz beibehalten, ohne irgendwelche Beiträge zu löschen. Während sich die Geschichte um Diddy und Ascher weiter entfaltet, bleiben den Fans viele Fragen über ihre komplexe Beziehung und die jüngsten Vorwürfe gegen Diddy. Mit neuen Entwicklungen, die regelmäßig aufkommen, ist es entscheidend, informiert zu bleiben. Wir halten sie auf dem Laufenden, während weitere Details zu dieser sich entwickelnden Situation ans Licht kommen. Bad Boy Entertainment Sean John Combs wurde am 4. November 1969 in Harlem geboren und erhielt den Nachnamen Sean als rechtlichen Mittelnamen, nachdem er mit verschiedenen Namen angesprochen worden war. Diddy, Puff-Daddy, P-Diddy und Puffy. Den Spitznamen Puffy erhielt er in der High School, weil es ihm zur Gewohnheit wurde, seine Brust herauszupuffen, was seinen Körper größer erscheinen ließ. Diddys Ausbildung endete abrupt an der Howard University, wo er Betriebswirtschaft studierte. Er brach ab, um ein Praktikum bei Uptown Records zu verfolgen. Während seiner Zeit an der Howard University war Diddy bekannt für die Ausrichtung wöchentlicher Tanzpartys, die ihm wachsende Beliebtheit unter seinen Altersgenossen einbrachten. Um seine Studiengebühren zu finanzieren, betrieb Diddy einen Shuttle-Service zum Flughafen und jonglierte beide Jobs mit dem Studium. Sein Praktikum bei Uptown Records war das Sprungbrett für Diddys Karriere, da er zunächst als Talentscout eingestellt wurde. Im Laufe der Jahre sah Diddys Aufstieg bei Uptown Records ihn als Vizepräsident zurücktreten, nachdem er in den frühen 1990 Jahren für das Produzieren wichtiger Künstler der Firma verantwortlich war. Drei Jahre nach dem Verlassen von Uptown Records gründete Diddy seine eigene Produktionsfirma, die er Bad Boy Entertainment nannte, wo er eng mit aufstrebenden sowie etablierten Rap-, Hip-Hop- und R'n'B-Künstlern zusammenarbeitete. Ich nannte es Bad Boy, sagte er. In der frühen Phase der Produktionsfirma entdeckte er Mary J. Blige. Bis 1997 hatte seine Produktionsfirma einen Multi-Millionen-Dollar-Deal mit Arista Records abgeschlossen, um das Label zu verwalten, während sie über 100 Millionen Dollar in Aufnahmen verkaufte. 1997 war für Diddy riesig, als I'll Be Missing You elf Wochen lang die Billboard Hot 100 anführte. Dieser Song wurde nach dem Mord an Biggie Smalls, dem Rapper Christopher Wallace, aufgenommen, der von einem Auftragskiller getötet wurde, der von Death Row Records-Gründer Suge Knight angeheuert worden war. Laut einem ehemaligen FBI-Agenten, der mit der New York Post sprach, war Biggie ein enger Freund von Diddy. Diese eine Aufnahme führte zur Entstehung von Diddys erstem Album No Way Out, das das drittbeste Longplay-Album des Jahres war. Sowohl I'll Be Missing You als auch No Way Out gewannen den Preis für die beste Rap-Performance. Diddys Karriere und die laufenden Ermittlungen Diddy hat im Laufe seiner Karriere viele Auszeichnungen erhalten, darunter den Grammy für das beste Rap-Duo oder die beste Rap-Gruppe sowie das beste Rap-Album im darauffolgenden Jahr. Was könnte dazu geführt haben, dass seine beeindruckende Karriere nun von Anschuldigungen überschattet wird? Macht Macht und Ruhm wirklich, dass Prominente jeglichen Anstand verlieren? Gibt es Parallelen zwischen den Vorwürfen gegen Diddy und denen gegen R. Kelly? Sind dies die letzten Informationen, die wir über die Ermittlungen gegen Diddy hören werden? Lassen Sie uns Diddys elfjährige Beziehung zu Cassie Ventura und deren Bedeutung für die laufenden Ermittlungen gegen ihn näher betrachten. Die Beziehung zwischen Diddy und Cassie Cassandra, Elizabeth Ventura, geboren am 26. August 1986 in Connecticut, begann ihre Musikkarriere in den letzten Monaten des Jahres 2004, nachdem sie Ryan Leslie getroffen hatte, der sie bei seinem Plattenlabel Next Selection Lifestyle Group unter Vertrag nahm. Während ihrer Zeit bei diesem Label wurde sie von Diddy entdeckt. Ihre Single, Me and You, erreichte 2006 Platz 3 der Billboard Hot 100 und wurde als gemeinsame kommerzielle Veröffentlichung mit Diddys Bad Boy Records veröffentlicht. Im folgenden Jahr begannen Cassie und Diddy ihre elfjährige Beziehung, die jedoch erst 2012 öffentlich gemacht wurde. Es gab Gerüchte, dass sie 2014 verlobt waren, die Verlobung jedoch 2015 wieder aufgelöst wurde, nachdem Cassie erfahren hatte, dass Diddy sie betrogen hatte. Das Paar hatte immer wieder Beziehungen und Trennungen, bis Cassie schließlich 2018 die Beziehung beendete. In der Folge kam es dazu, dass Kid Coodys Auto explodierte, da er romantisch mit Cassie verbunden war. Im November letzten Jahres reichte Cassie eine Klage gegen Diddy ein und beschuldigte ihn, während ihrer zehnjährigen Beziehung körperliche Übergriffe auf sie begangen zu haben. Sie warf ihm vor, sie während ihrer elfjährigen Beziehung gewaltsam zu sexuellen Handlungen mit anderen Männern gezwungen zu haben und machte sogar schwerwiegendere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe in ihrem Zuhause im Jahr 2018. Nachdem sie angekündigt hatte, die Beziehung zu beenden, behauptete sie, dass alle Diddys eng Mitarbeiter und Freunde von seinem Kreislauf der Missbrauchs- und Gewaltanwendung wüssten, aber schweigen würden, da Diddy sich als unantastbar betrachte und ein Netzwerk von einflussreichen Personen in jeder Strafverfolgungsbehörde habe, die seine strafrechtlichen Anklagen problemlos aus dem Weg räumen könnten. Dies mache es schwierig, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aufrechtzuerhalten. Im Mai veröffentlichte CNN Aufnahmen von Diddy, der Cassie im Intercontinental Hotel in Los Angeles körperlich angegriffen hat. Ein Vorfall, der bereits im März 2016 stattfand. In ihrer Klage behauptete sie, dass Diddy sie körperlich angegriffen habe. Diddy hat inzwischen eine öffentliche Erklärung über seine Instagram-Seite veröffentlicht, in der er sich für sein Verhalten entschuldigt und betont, dass die Angelegenheit zwischen ihm und Cassie außergerichtlich geregelt wurde. Ich mache keine Ausreden. Mein Verhalten in diesem Video ist inakzeptabel. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten in diesem Video. Was könnte Cassie dazu bewegt haben, die Klage außergerichtlich zu beilegen? Gibt es Informationen, die wir nicht kennen? Könnte diese Einigung das Ergebnis von Einschüchterungsversuchen aus Diddys Umfeld sein, die ihr mit dem Tod drohen, wenn sie sich weigert, die Klage fallen zu lassen? Warum haben sie nach elf gemeinsamen Jahren nicht geheiratet? Dies sind brennende Fragen, die nach Antworten verlangen und die wir bald klären werden. Lil Rods Erfahrungen mit Diddy Rodney, Lil Rod Jones Jr., geboren in Chicago, gilt als musikalisches Wunderkind. Diddy, der ein Auge für talentierte Personen hat, bemerkte ihn und ließ ihn an einigen Tracks für sein Album The Love Album Off the Grid mitarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Diddy hat Lil Rods Leben jedoch negativ beeinflusst. In seiner Klage gegen Diddy erklärte Lil Rod, dass er monatelang bei Diddy lebte und an neuen Songs für Diddys The Love Album arbeitete. Während der Studio-Sessions nahm Diddy Lil Rods Handy, um Aufnahmen von sich selbst zu machen. Dies half Lil Rod, hunderte von belastenden Beweisen gegen Diddy und dessen Mitarbeiter zu sammeln, die an ernsthaften illegalen Aktivitäten beteiligt waren, darunter das Versetzen von Getränken bei Partys, Erpressung und sogar Mord. Ich wollte mit ihnen an diesem Album zusammenarbeiten, aber die Wahrheit ist, sie spielen nicht fair. Sie haben mir unter die Gürtellinie geschlagen, so Lil Rod. Er wirft Diddy auch vor, ihn ständig ohne seine Zustimmung berührt zu haben, was ihn unbehaglich fühlte. Zudem war er gezwungen, in Diddy's Badezimmer zu arbeiten, in dem Diddy oft nackt herumlief und in einer durchsichtigen Dusche duschte. Lil Rod brachte dies Christina Koram, Diddy's Chefin zur Sprache. Doch Koram wischte seine Beschwerden beiseite und sagte, Diddy werde immer er selbst sein, unabhängig davon, wer anwesend sei. Diddy habe Lil Rod zudem ausdrücklich gesagt, dass er Aktivitäten mit ihm eingehen wolle, wobei er Stevie J als Köder benutzte. Lil Rod verehrte Stevie J als Mentor und Diddy nutzte seinen Einfluss in der Musikindustrie, um seine Verbindung zu Stevie J auszuspielen, um Lil Rod dazu zu bringen, gegen seinen Willen zu handeln, mit dem Versprechen Stevie J zu treffen und möglicherweise eine oder mehrere Aufnahmen mit ihm zu machen. Diddy ging sogar so weit, Lil Rod ein Video von Stevie J zu zeigen, der Geschlechtsverkehr mit einem weißen Mann hatte, um Lil Rod bezüglich Homosexualität zu beruhigen und es als Normalität unter den Eliten der Musikindustrie darzustellen. Diddy's Endziel war es, mit Lil Rod zu schlafen, da er schon immer nach ihm begehrt hatte. Zudem betrug Diddy Lil Rod, um seinen Produzentenanteil in einem verzweifelten Versuch, Lil Rod zu seinen Avancen zu bewegen, was Lil Rod schließlich dazu brachte, eine GoFundMe-Kampagne zu starten, um Geld für eine Klage gegen Diddy zu sammeln. Das Rico-Unternehmen, das von Christina Coram geleitet wird, war die illegale Fassade, die Diddy nutzte, um an Drogen und Waffen zu gelangen und seine Verbindungen zu lokalen Gangs und deren Anführern auszuspielen. Beide seiner Häuser in Los Angeles und Miami sind mit einem Arsenal an Waffen und einer Menge Drogen ausgestattet. Du und ich waren nicht farblich abgestimmt. Du siehst fantastisch aus. Du siehst wirklich großartig aus. Sagte Coram und wies alle Diddy-Mitarbeiter an, immer eine Bauchtasche mit Drogen bei sich zu führen, um sicherzustellen, dass Diddy ständig high ist. Das Rico-Unternehmen operiert mit Gewalt als Motiv und häufig hat Lil Rod Gespräche über die Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden, Mord und die Bestechung von Zeugen, insbesondere von Geschworenen im NYC-Nachtclub-Shooting 1999, gehört. Diddy's Partys wurden von dem Rico-Unternehmen finanziert und es waren mächtige Führungskräfte der Musikindustrie anwesend, darunter der CEO von Universal Music Group, Lucian Grange und Ethiopia, Haptemariam. Diese Partys waren voll von Arbeitern, Minderjährigen und illegalen Drogen. Fahim Muhammad ist ein weiteres Werkzeug in Diddy's Arsenal, da er als sein Sicherheitschef dafür sorgen kann, dass Personen, die Diddy herausfordern, verschwinden und alle Spuren von Diddy's Vergehen beseitigt werden. Ein klares Beispiel war die Schießerei, bei der G. Justin, ein Freund von Diddy, am 12. September 2022 angeschossen wurde. Ein Vorfall bei Diddy's Camp Diddy hatte ein Camp für Songwriter und Produzenten organisiert, bei dem auch sein Sohn Justin und andere bekannte Musiker anwesend waren. An einem Abend wurde G. dabei gesehen, wie er mit Justin und Diddy stritt. Der Streit verlagerte sich auf die Toilette, nicht weit entfernt von Lil Rod, der hören konnte, wie der Streit hitziger wurde. Kurz darauf hörte er Schüsse und eine Menschenmenge versammelte sich, perplex darüber, was geschehen sein könnte. Justin und Diddy kamen einige Minuten später aus der Toilette und da war G., der sich den Bauch hielt, während Blut aus seiner Hüfte strömte. Der Vorfall zog die Los Angeles Police Department an, die den Tatort untersuchte, aber Nachrichtenagenturen berichteten, dass die Schießerei außerhalb des Studios bei einem Drive-by-Shooting stattfand. Diddy hatte den Anwesenden befohlen, mit dieser Geschichte zu gehen und jeder folgte dieser Anweisung. Dies zeigt deutlich den Einfluss, den Diddy auf seine engen Mitarbeiter hatte. Warum darf Diddy so viel Macht unangefochten ausüben? Ein Shooting für Vogue. Das Vogue-Shooting, das ich gemacht habe, trug den Titel Puffy does Paris. Gibt es eine Wahrheit in dieser Aussage? Die Vorwürfe gegen Diddy und die Auswirkungen der Ermittlungen. Es gibt Behauptungen, dass Diddy sich selbst als untouchable, unantastbar, bezeichnet. Wird Diddy's Einfluss in den kommenden Monaten deutlich werden, wenn weitere Beweise gesammelt werden? Könnte es zu einem Fall gegen bestimmte Personen kommen, die Diddy lebenslang hinter Gitter bringen könnten? Welche Folgen haben die laufenden Ermittlungen für Diddy? Dies werden wir bald klären. Doch zuerst werfen wir einen kurzen Blick auf die Gräueltaten, die bei den vermeintlichen Freak-Off-Partys von Diddy stattfinden. Die Freak-Off-Partys von Diddy. Diese Partys wurden in zahlreichen Videos auf sozialen Medien als Veranstaltungen definiert, die durch massiven Drogenkonsum, hohe Alkoholmengen und große Mengen Babyöl und Gleitmittel geprägt sind. Alles begann mit Diddys berühmter White Party, zu der meistbekannte A-Promis wie Leonardo DiCaprio, Paris Hilton und Mariah Carey eingeladen wurden. Später verwandeln sich diese Partys in hedonistische Feiern, bei denen ausgewählte Freunde von Diddy anwesend sind. Die Freak-Off-Partys zeichnen sich oft dadurch aus, dass Frauen gezwungen werden, aufwendige Aufführungen zu zeigen, während die Gäste zuschauen und manchmal aktiv daran teilnehmen. Diddy orchestrierte diese Aufführungen und wurde dabei oft beim Masturbieren gefilmt, während er die Darbietungen aufzeichnete, um sie später zur eigenen Unterhaltung anzusehen. Christina Koram, die das RICO-Unternehmen leitet, erteilt Anweisungen an die Mitglieder des Unternehmens, um die Organisation der Freak-Off-Partys sowohl lokal als auch international zu unterstützen. Es ist, als ob bei einem Song, wenn sie sich bewegt, die Art, wie sie lächelt, eine Reihe von Arbeitern anzieht, von denen die meisten minderjährige Mädchen sind, die gegen ihren Willen in den Menschenhandel verwickelt wurden. Diese Partys hatten einen kontinuierlichen Nachschub an kontrollierten Substanzen, die den Darstellern verabreicht wurden, um sie gehorsam und gefügig zu halten. Jose Cruz, Diddys IT-Direktor, hat sich aufgrund der zahlreichen belastenden Videos, die er in Diddys Wohnsitz über versteckte Kameras aufnehmen musste, von sozialen Medien zurückgezogen. Diese Kameras haben Diddys zu einem unantastbaren Gesetzesbrecher gemacht, da er über Tones von Beweismaterial gegen hochrangige Personen verfügt, die ebenfalls an den widerlichen Praktiken beteiligt sind, die auf den Freak-Off-Partys stattfinden. Diddys ließ Arbeiter aus der ganzen Welt für seine Unterhaltung zu seinen Partys kommen und zwang die Darsteller zu nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr, wobei er Geld als Köder benutzte. Anschließend schickte er ihnen vier Beutel, um ihnen von den Erfahrungen zu helfen. Werden noch weitere Opfer kommen, die gegen Diddy aussagen? Die Ermittlungen und mögliche politische Machenschaften. Könnten wir in den kommenden Wochen oder Monaten mehr belastende Videos wie das von Stevie J sehen, während sich die Ermittlungen fortsetzen? Könnte Diddy selbst ein Opfer politischer Machenschaften sein? Ist es möglich, ein Netzwerk unentdeckt zu betreiben, ohne Hilfe von mächtigen Persönlichkeiten in den Bundesbehörden? Lassen Sie uns einen Blick auf die Razzia werfen, die sowohl in Diddys Wohnsitzen stattfand und die sich auf den Fall gegen ihn auswirkt. Ende Februar wurde eine Klage gegen Diddy von Lilrod eingereicht, in der er ihn des Mordes und der Erpressung beschuldigte. Im März durchsuchten Agenten des Heimatschutzministeriums zusammen mit dem FBI beide Wohnsitze von Diddy, da ihm Bundesverbrechen im Bereich der Erpressung vorgeworfen werden. Die Razzia war unvermeidlich, da Diddy eine wachsende Anzahl von Klagen gegen sich hatte, selbst noch bevor seine elfjährige Beziehung zu Cassie Ventura endete. Bei der Razzia wurden Schusswaffen und Unmengen von Videos sichergestellt, da Diddy angeblich Gewalt, Drohungen und Zwang eingesetzt hatte, um die Opfer zu ermutigen, anhaltende Aufführungen mit männlichen Geschäftspartnern durchzuführen, die als entscheidend für die Durchführung der Freak-Off-Partys betrachtet werden. Diddy hatte Arbeiter gezwungen, abscheuliche Handlungen auszuführen, während er masturbierte und die Aufführungen auf Film festhielt, die oft mehrere Tage dauerten. Es wird angenommen, dass andere prominente Persönlichkeiten, die an diesen Partys teilnahmen, ohne ihr Einverständnis gefilmt wurden, was einen Grund dafür darstellen könnte, warum die Vorwürfe gegen Diddy zuvor nicht Bestand hatten, da er belastendes Material gegen sie als Mitverschwörer in diesen abscheulichen Handlungen besitzt. Bei den Ermittlungen wurden auch Unmengen von Babyöl und einer Vielzahl von Betäubungsmitteln sichergestellt. Die Ermittler vermuten, dass Diddy diese harten Substanzen besaß, um die Arbeiter zu betäuben, damit sie seine Handlungen ohne Widerstand ausführen konnten. Es wurde auch berichtet, dass Diddy Arbeiter körperlich misshandelte, die sich weigerten, mit ihm zu kooperieren, und sie damit hänselte, dass er sie aufgezeichnet habe und drohte, dass ihre Familien die abscheulichen Taten sehen würden, an denen sie für Geld beteiligt waren. Diddy wurde inzwischen festgenommen und in das Metropolitan Detention Center in Brooklyn gebracht. Was können wir in den kommenden Wochen oder Monaten von diesem Fall erwarten? All diese Vorwürfe könnten tatsächlich zu Suizid führen, da die Behörden Diddy auf Suizidwatch gesetzt haben. Gibt es Beweise, die dazu führen würden, dass das FBI den Fall wegen möglicher Verwicklung hochrangiger Regierungsbeamter fallen lässt? Aktuelle Entwicklung. Lassen Sie uns die Entwicklung im Auge behalten, da dieser Fall noch lange nicht vorbei ist. Es gibt brandneue Nachrichten, da das FBI bestätigt hat, dass Shan Colmes, besser bekannt als Diddy, gerade vor wenigen Minuten aus dem Gefängnis entkommen ist. Diese schockierende Entwicklung wirft Fragen darüber auf, wie er den Behörden entkommen konnte und welche Auswirkungen dies auf seine laufenden rechtlichen Probleme haben wird. Wird Diddy bald gefasst? Was bedeutet dies für die Opfer, die sich gegen ihn ausgesprochen haben? Das Metropolitan Detention Center, allgemein bekannt als MDC Brooklyn, ist das einzige Bundesgefängnis in New York City. Seit seiner Eröffnung in den frühen 1990 Jahren hat die Einrichtung mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, die Bedenken hinsichtlich der Behandlung der Insassen aufgeworfen haben. In den letzten Jahren waren die Bedingungen im Gefängnis so gravierend, dass einige Richter entschieden haben, Personen nicht dorthin zu schicken, was die sich verschlechternden Bedingungen der Einrichtung widerspiegelt. Das MDC Brooklyn war auch die Heimat mehrerer hochkarätiger Insassen, darunter Prominente wie R. Kelly und Ghislaine Maxwell, sowie der Betrüger im Bereich Kryptowährungen, Sam Bankman-Fried. Ein zentrales Problem im MDC Brooklyn sind die Personalmängel. Das Bureau of Prisons hat die Schwierigkeiten anerkannt, ein angemessenes Personalniveau aufrechtzuerhalten, was sich direkt auf die Qualität der Pflege und Sicherheit innerhalb der Einrichtung ausgewirkt hat. In einer Erklärung gab das Büro an, dass sie aktiv daran arbeiten, diese Herausforderungen zu bewältigen. Ihre Pläne umfassen die Einstellung von dauerhaftem Korrektur und medizinischem Personal, um sicherzustellen, dass die Insassen die notwendige Unterstützung und Versorgung erhalten. Darüber hinaus werden sie das Problem von über 700 ausstehenden Wartungsanfragen angehen, was helfen könnte, die physischen Bedingungen des Gefängnisses zu verbessern. Die Agentur unternimmt auch Anstrengungen, um auf die von Richtern geäußerten Bedenken hinsichtlich der Behandlung und Bedingungen in der Einrichtung zu reagieren. Trotz dieser Bemühungen bleibt die Einrichtung umstritten. Ein aktueller Fall, der Shan Colms betrifft, verdeutlicht die anhaltenden Probleme im MDC Brooklyn. Colms Anwälte beantragten, dass ihm erlaubt wird, auf seinen Prozess unter Hausarrest in seiner luxuriösen 48-Millionen-Dollar-Villa in Miami Beach, Florida, zu warten. Doch ein Richter wies diesen Antrag aufgrund der schwerwiegenden Natur der gegen ihn erhobenen Anklagen und der wahrgenommenen Risiken, ihn aus der Haft zu entlassen. Zurück. Personen, die verhaftet wurden und auf ihre Verhandlung in Bundesgerichten in Manhattan oder Brooklyn warten, werden in der Haftanstalt MDC Brooklyn untergebracht. Das Gefängnis beherbergt auch Insassen, die nach ihrer Verurteilung kurze Haftstrafen absitzen. Die Einrichtung hat Platz für etwa 1200 Häftlinge, obwohl diese Zahl von über 600 zu Beginn des Jahres gesunken ist. Diese Reduzierung könnte eine Reaktion auf die anhaltenden Probleme im Zusammenhang mit dem Wohlergehen und der Verwaltung der Insassen sein. MDC Brooklyn befindet sich in einem Industriegebiet an der Brooklyn Waterfront und ist mit Freizeiteinrichtungen im Freien, einer medizinischen Einheit mit Untersuchungsräumen und einer Zahnarztpraxis ausgestattet. Es gibt auch einen separaten Bereich, der Bildungsprogramm gewidmet ist, sowie eine Bibliothek, die den Insassen Zugang zu Bildungsressourcen bieten soll. Trotz dieser Annehmlichkeiten ist der Ruf der Einrichtung durch Berichte über Überbelegung, unzureichende medizinische Versorgung und schlechte Lebensbedingungen getrübt. Im Jahr 2021 schloss das Bureau of Prisons, das alternde Metropolitan Correctional Center in Manhattan, was MDC Brooklands Status als einzige Bundesanstalt in der größten Stadt des Landes weiter festigte. Dieser Übergang hat die Bedingungen im MDC Brooklyn stärker in den Fokus gerückt, da es nun die einzige Option für Bundesinsassen in New York City ist. Das Metropolitan Detention Center in Brooklyn ist berüchtigt für seine erschreckenden Lebensbedingungen und die weit verbreitete Gewalt. Während das Bureau of Prisons weiterhin daran arbeitet, die Bedingungen zu verbessern, hoffen viele, dass die Reformen zu einer sicheren und humaneren Umgebung für die dort festgehaltenen Personen führen werden. Die Bedingungen im MDC Brooklyn zeichnen ein düsteres Bild des Lebens hinter Gittern für Diddy. Doch die wahre Sorge gilt seiner Sicherheit. Wie verletzlich ist eine so prominente Person wie er in einer solch gefährlichen Umgebung? Welche spezifischen Gefahren könnte er dort ausgesetzt sein? Lassen Sie uns diese drängenden Fragen näher betrachten. Sean Diddy Colms wird derzeit im 1704 Brooklyn festgehalten, was große Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit aufwirft. Sein rechtliches Team hat die Gefahren in der Einrichtung und die Risiken, die er aufgrund seines Ruhms ausgesetzt ist, offen angesprochen. Das 1600 ist für sein hartes Umfeld bekannt und viele beschreiben es als Hölle auf Erden. Dieses Bundesgefängnis hat eine lange Geschichte von Beschwerden und rechtlichen Problemen im Hinblick auf seine harten Bedingungen, was es zu einem Ort macht, an dem viele um ihre Sicherheit fürchten. Der Ruf des MDC für seine Strenge ist weithin bekannt. Der Musikmogul Sean Diddy Cole verbrachte seine erste Nacht hinter Gittern in einer Einrichtung, die als Hölle auf Erden bezeichnet wird. Viele Insassen und deren Anwälte haben häufige Vorfälle von Kämpfen, Fehlverhalten und sogar Todesfällen berichtet. Die Umgebung ist chaotisch und gefährlich und der Personalmangel erschwert die Aufrechterhaltung von Kontrolle und Sicherheit. Diddys Anwälte argumentieren, dass er aufgrund seines hohen Profils leicht Ziel von Fehlverhalten oder Erpressung durch andere Insassen werden könnte. Sie befürchten, dass er während des Wartens auf seine Verhandlung angegriffen oder verletzt werden könnte, was ihre Besorgnis um sein Wohlbefinden verstärkt. Die Lebensbedingungen im MDC Brooklyn verschärfen diese Sicherheitsbedenken nur noch. Berichten zufolge leidet die Einrichtung unter schwerer Überbelegung, unhygienischen Bedingungen und einem Mangel an grundlegenden Notwendigkeiten. Insassen haben oft sehr eingeschränkten Zugang zu Duschen, Bewegung und sogar medizinischer Versorgung. Das Essen, das in der Einrichtung serviert wird, wurde als ungenießbar beschrieben, was zu einer insgesamt verwahrlosten und entbehrungsreichen Umgebung beiträgt. Solch schlechte Bedingungen haben zu zahlreichen Klagen und öffentlichem Aufschrei geführt, wobei einige Richter sich weigerten, den Insassen aufgrund der miserablen Zustände ins MDC zu schicken. Didis rechtliches Team hat diese Probleme in ihren Bemühungen, seine Freilassung gegen Kaution zu sichern, zur Sprache gebracht. Du hast ein Bett mit einer 1, 0,5 Zoll dicken Matratze, kein Kopfkissen und du hast auch einen Schrank, also hast du einen Grundriss von 15 Quadratfuß. Es ist ein schrecklicher Ort, haben sie erklärt. Sie betonen, dass die Bedingungen im MDC ungeeignet für jemanden sind, der auf seinen Prozess wartet und eine ernsthafte Gefahr für seine Sicherheit und sein Wohlbefinden darstellen. Auch seine Vizepräsidentin Harris wurde mit KI-generierten oder gefälschten Bildern gezeigt, die sie neben Epstein darstellen. Die erste Beschwerde über Misshandlung, Zwang und Menschenhandel gegen Didi wurde am 16. November 2023 eingereicht. In den darauffolgenden Monaten kamen fast ein Dutzend weitere Beschwerden hinzu, als sich ein Bild eines organisierten Systems von Gruppenfehlverhalten herauskristallisierte, das in seinem Umfang mit den gegen Epstein erhobenen Vorwürfen vergleichbar war. Bis März, als Didis Wohnsitze gerade durchsucht worden waren, lauteten die Schlagzeilen, dass Didi ein aktiver Unterstützer der demokratischen Partei gewesen sei. Die Spekulationen, warum die Durchsuchung vom Ministerium für Innere Sicherheit und nicht vom FBI durchgeführt wurde, nahmen zu. Gerüchte bleiben Gerüchte, aber eine Frage bleibt. Könnten Didis politische Verbindungen den Weg für ihn ebnen? Verdient Didi aufgrund seiner leidenschaftlichen Unterstützung für die Demokraten eine gewisse Form von Straflosigkeit oder nicht? Während Didis rechtliche Herausforderungen weitergehen, kursiert eine mutmaßliche Gästeliste seiner berüchtigten Partys im Internet. Die Liste wurde von der Facebook-Seite Astral Conspiracy geteilt. Am 2. Oktober wurden Namen aus den Bereichen Musik, Hollywood, Politik. Am 10. Juni gehörte Colms zu mehreren Dutzend schwarzen Personen, die im August 2020 einen Brief an Biden schickten, in dem sie ihn eindringlich baten, einen schwarzen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten auszuwählen. Der Brief schien auf Gerüchte hinzuweisen, dass Harris zu ehrgeizig sei, um seine Vizepräsidentin zu werden. Experten zufolge würde Didis Rückgang an Popularität und die mehrere schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn dazu führen, dass Prominente und Royals, die in der Hochphase seines Ruhms öffentlich mit ihm gesehen wurden, Schande und Verlegenheit empfinden würden. Es wird angenommen, dass Didi die Stars nutzte, um sich im Hintergrund zu verstecken. Didi manipulierte die britischen Royals und andere Schlüsselpersonen, so Nick Edd, ein Marken- und Kulturexperte, der Didi als cleveren Manipulator beschrieb, der seinen Reichtum, seinen Rang und seine Bekanntheit einsetzte, um sich den einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt zu nähern. Durch die Verbindung zu Royals und Regierungen konnte er fast unantastbar werden und sich im Klaren verstecken, eine Eigenschaft, die man auch bei Epstein und Weinstein beobachtet hat. Könnten seine politischen Verbindungen ihn aus der misslichen Lage retten, in der er sich befindet? Könnte ihn seine fortdauernde Inhaftierung unter Druck setzen, Geheimnisse preiszugeben, die besser ungesagt bleiben sollten? In der laufenden Klage, die unter dem Namen Drian Seftree Pick Lawsuit bekannt ist, haben Lil Rod und Didi an dem Love-Album gearbeitet, wobei Didi berichten zufolge gelegentlich Lil Rods Telefon verwendete, um sowohl ihn als auch sich selbst aufzunehmen. Dies soll es Lil Rod ermöglicht haben, hunderte potenziell belastender Beweise gegen Didi und sein Personal zu sammeln, die angeblich in illegale Aktivitäten verwickelt sind, darunter das Verunreinigen der Getränke von Gästen bei Freak-Off-Partys, Erpressung, Zwang und sogar Mord. In seiner Klage gegen Didi beschuldigt Lil Rod Didi, wiederholt ungebetene und unautorisierte Berührungen in Bereichen vorgenommen zu haben, in denen er sich unwohl fühlte, da er sagte, sie hätten niemals das Einverständnis gegeben. Während er angeblich gezwungen war, in Didis Badezimmer zu arbeiten, wo Didi oft ohne angemessene Kleidung herumlief oder in einem durchsichtigen Raum duschte, behauptet Lil Rod, er habe diese Bedenken bei Christina Koram, Didis Stabschefin, geäußert, die die Beschwerden angeblich zurückwies und vorschlug, dass Didi immer er selbst sei, da er sagte, sie hätten niemals das Einverständnis gegeben. Während er angeblich gezwungen war, in Didis Badezimmer zu arbeiten, wo Didi oft ohne angemessene Kleidung herumlief oder in einem durchsichtigen Raum duschte, behauptet Lil Rod, er habe diese Bedenken bei Christina Koram, Didis Stabschefin, geäußert, die die Beschwerden angeblich zurückwies und vorschlug, dass Didi immer er selbst sei, da er sagte, sie hätten niemals das Einverständnis gegeben. Während er angeblich gezwungen war, in Didis Badezimmer zu arbeiten, wo Didi oft ohne angemessene Kleidung herumlief oder in einem durchsichtigen Raum duschte, behauptet Lil Rod, er habe diese Bedenken bei Christina Koram, Didis Stabschefin, geäußert, die die Beschwerden angeblich zurückwies und vorschlug, dass Didi immer er selbst sei, da er sagte, sie hätten niemals das Einverständnis gegeben. Während er angeblich gezwungen war, in Didis Badezimmer zu arbeiten, wo Didi oft ohne angemessene Kleidung herumlief, zusätzlich wird behauptet, dass Didi ausdrücklich den Wunsch geäußert hat, intime Beziehungen zu Lil Rod einzugehen. Darüber hinaus behauptet Lil Rod, dass Didi versuche, seine Urheberrechte zu stehlen, indem er seine Verbindung zu Stevie J. als Köder benutze. Lil Rod sah in Stevie J. einen Mentor, und Didi soll angeblich seinen Einfluss in der Musikindustrie genutzt haben, um seine Verbindung zu Stevie J. zu zeigen, um Lil Rod unter Druck zu setzen, gegen seinen Willen zu handeln und ihm Gelegenheiten zu versprechen, Stevie J. zu treffen und möglicherweise an Aufnahmen mitzuwirken. Berichten zufolge zeigte Didi Lil Rod sogar ein Video von Stevie J. in einer Ingenieinigung, und dem Leben